willkommen zurück zu einer weiteren folge so wo sind wir denn ja scheiben putzen haben wir eigentlich im bad so jetzt muss ich überlegen also wir haben ja das bad gebaut da haben wir aber keine scheiben drin finden gerade so auf finde ich jetzt auch nicht so wild weil wir ja keine scheiben haben die aufgehen so wir haben ein büro wir haben ein bad würde ich sagen bauen wir hier ein kinderzimmer rein oder sonne auf jeden fall zimmer mit im zimmer mit bett also ein schlafzimmer bauen wir jetzt dazu würde ich tatsächlich auch mindestens eine der türen weg machen vielleicht sogar zwei wenn zwar einer der lichtschalter die tür kann schon mal weg können wir hier bauen da müssen wir erst mal einruppen na gut dann machen wir mal kurz hammer schwingt 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 also und dann bauen wir jetzt hier ne mauer niemand will eine mauer bauen außer ich so was haben wir viele viele bunte steckdosen in dem anderen raum konnte ich die nicht so einfach versetzen daran kann ich mich noch erinnern kann aber auch daran liegen natürlich dass wir jetzt eine neue geladen haben so dann kommst du da jetzt haben wir wieder dieses phänomen dass ich die wieder nicht vernünftig packen kann okay gut dann erst mal ein ballack oder nee warte mal erst mal wände eine farbe ich würde so einen blau ton rot und weiß ton vielleicht so blass grün grüner tele mitte schwarz nicht baby bruder ihr habt ja alles für farben ähm blauer himmel wir holen mal blauer himmel ich würde mal wissen wie das aussieht fangen wir mal damit an haben wir hier eigentlich licht aber aber also ich würde schon sagen dass es ein blaustich hat es sieht zwar mehr grau aus hätte ich jetzt gesagt aber blaustich ist eindeutig zu sehen würde ich jetzt behaupten na stimmt die tür werden wir auch auswechseln wird mir gerade sein da werden wir definitiv eine andere tür noch reinpacken deswegen brauchen wir die farbe noch denn du wirst verkauft so dann holen wir erstmal eine tür ne so halt da haustüre lichter möbel türen zwei meter tür müsste uns ja ausreichen ne das sind alles wohnungstüren wir könnten natürlich auch so was hier nehmen fällt mir gerade so auf ist ja auch nicht unbedingt verkehrt ne wird denn man da ist natürlich weg jetzt den preis hier ouch ouch iiiai ähm die sind alle so teuer wir kommen wir kaufen so eine ganz normale arbeitet wir machen die sachen weiß den rahmen griffe ist okay rahmen machen wir mal auch so und hier Ah ja, gefällt ihm jetzt wieder besser. Hä? Doch den beiden wieder? Schlagt euch. So haben wir. Jetzt brauchen wir einen Boden. Boden und Decke, Fliesen. Ne, ich hätte jetzt Bodenpaneele gesagt. Da wir hier ein Kinderzimmer haben, hätte ich, oder so in die Kinderzimmerrichtung gehen, hätte ich jetzt gesagt, so ein Holzboden. Ja, die Frage ist nur, was für einen würde man da am besten vorzugen? Ne, mit Muster. Hier sowas in die Richtung, ne? Oh, japanische Ulme, aha. Komm, wir verlegen hier japanische Ulme. So. Wir brauchen ein Bett. Fangen wir mal damit an. Bett. Wo haben wir denn ein Bett? Erstmal gehen wir da rein. Dann haben wir Möbel, Schlafzimmer, Betten. Ähm, nehmen wir ein großes Bett, hätte ich gesagt, ne? Ähm, wir müssen aber nicht so mega viel Geld dafür ausgeben. Hier, guck mal, hier haben wir doch so Doppelbetten. Das hat auch dieses Teakbau. Das ähnelt ja so ein bisschen der Farbe vom, ja, von der japanischen Ulme, würde ich jetzt im ersten Moment sagen. Ja. Die sind alle hässlich. Aber das Graue ist auch hässlich. Dann nehmen wir, hier nehmen wir Flower Power. So. Dann haben wir schon mal ein Bett. Steigt gleich bei ein. Ein Schlafzimmer. Wieso denn nur eins? Eins. Okay, ihr wollt noch eins. Ihr kriegt auch wahrscheinlich sogar noch eins. Ähm, Ankleidekommoden. Dann haben wir hier eine billige. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Haben wir hier zufälligerweise ja sowas in die Richtung. Also das sah ja schon so ein bisschen in die Richtung aus, ne? In einem Buche, hell. Ne, Bambus ist das. Okay, Bambus, Bambus, Bambus. Ähm, die Schubladen, graue Eiche. Dunkler Bambus, hätte ich jetzt eher gesagt. So. Kommt hier rüber. Ähm, ja doch, kommt hier rüber. So, dann, ähm, hätte ich trotzdem gesagt, wir brauchen ja noch ein, ja, ein Hockerschen oder so. Die sind auch so teuer alle. Brauchen nicht teure. Das ist so ein klassisches Ding, würde ich sagen. Ah ja, da gibt es dann die verschiedensten Muster. Nehmen wir das, das passt schon. Ähm, ja, komm, ja, komm. So. Okay, dann brauchen wir einen Schrank. Ja, der Schrank. Oh, etwas mit Türen. Ähm, ist das so ein Rohr? Ja, der ist nur 1,50. Ne. Hier haben wir so einen. Wenn wir den in so einen Bambus holen. Metallgriffe, Weißmetall. So. Hier gibt es sogar einen Kleiderschrank. Dann brauchen wir aber, würde ich sagen, für Nachttüsche. Da passen die hier. Wir brauchen nicht, also da brauchen wir nicht irgendwie mega Nachttüsche. sondern Ui. Ja. So. Okay. Und was haben wir denn noch? Gibt es hier auch Nachttischlampen? Ne. Ankleideset, Ankleidekommunen, da waren wir darin, Betten waren wir, Schränke waren wir. Wir könnten natürlich noch gucken, ob wir von der Schrankart noch einen Flachen bekommen. Das wäre dann sowas hier. Das wäre dann sowas hier. Das wäre dann sowas. Das wäre dann sowas. Das wäre dann sowas. Könnte man nämlich auf die Seite packen. So. Dann brauchen wir Lampen. Lämpchen. Ah. Alle Elektronen. Oder warte mal. Ne. Was ist denn? Ne. Was ist denn? Badezimmer. Achso. Das ist einfach nur hier. Okay. Hm. Lichter. Stihlampen. Tischlampen. Hm. Mhm. Sind Licht? Ne. Kerzen brauche ich nicht. Lampen. Lampen. Dass sie da keinen Unterschied machen. Das finde ich ein bisschen graurig. Aber okay. Ähm. Was können wir denn da klassische Tint stellen? Hm. So doll ist die Auswahl finde ich nicht. Ne. Hm. Was war das denn? Ne. Ah. Ich brauche nichts mit einer Kerze. Komm. Wir nehmen die hier als standardmäßig Lampe. Ne. Das ist hässlich. Gelb. So. 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 Haben wir Lämm... Tischlämmchen. Gehen die extra an. Ah. What. okay drei stufen ist ja interessant gut lämchen haben wir den verpflanzen hätte ich gesagt na pflanzen im schlafzimmer für die atmosphäre das wohlgefühl könnte man sagen dass unter zugehör gewesen aber wo war denn da unter möbel dekoration pflanzen wohnwände bin ich finde ja sowieso an den wänden wird schon ganz gerne kommen wir nun mal hier lauer power ich würde sagen machen was hängen wir zweimal an aber zwei verschiedene zweimal verschieden flower power jetzt ist aber klein das hat er genauso groß wir haben dass das hier so dann hätte ich gesagt nun mal noch auf jeden fall irgendwas für kleiner das was steht hier guck mal so schön kaktin sehr klein aber passt erst mal denn hätte ich noch eine größere stehende genommen zum beispiel hier so eine palme so dann können wir da noch bild hinhängen fällt mir gerade so ein uhr könnte man natürlich auch reinpacken obwohl im schlafzimmer finde ich nicht ganz so praktisch okay das ist da nie gemälde oder gibt es allgemein gemälde bilder kleine bilder gemälde ideenbrett poster in einem poster hätte ich gesagt oder ohne rahmen was packen wir denn hier nettes hin und gibt es gar nicht so viele schöne leider gottes was ist rahmen also einfach nur rahmen ideenbrett gemälde 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 gibt es natürlich dann die verschiedensten ja da ist dann die frage was hängt man sich wirklich in sein schlafzimmer wie groß ist denn der tier zum beispiel wir gucken mal ja komm wir hängen das jetzt hier rein so das ist mit led okay das fetzt irgendwie gut dann haben wir jetzt ein schlafzimmer wir haben in ein badezimmer also wir haben ein büro ein badezimmer ein schönes großes ein schlafzimmer das schild kann verkauft werden braucht kein mensch hat das wieso beschädigt braucht kein mensch ist auch beschädigt da ich ja noch dreck weg damit so sonst ist der flur soweit sauber da ist noch irgendetwas nicht angeschlossenheit aber das kriegen wir auch nicht weg wir haben dann anschluss wir haben dann wir haben wasser anschluss das weiß ich wenn man den irgendwie du kannst was weg kommen ja bewusst haben wir dich nicht angemacht so die einzige variante die mir gerade einfällt ist was ich nicht angemacht haben aber ich krieg dich auch nicht an ne das ist schlecht okay warte mal ja 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 ist mir bewusst ich habe ja so einen doppelten wenn ich jetzt dich verkaufe und ich kaufe fürs badezimmer waschbecken wir hatten ja so ein schönes doppel waschbecken ne das war eher so ein lila grün was bist du holz ich glaube das waschbecken hatten wir auch irgendwie andersfarbig gemacht oder spülbecken war eher so grau das war mal jetzt so weil ich habe ja nur ein anschluss insgesamt hat er jetzt rum gemäckert weil ich hier weil das beides sind an ein anschluss geht kann das sein anders kann ich mir gerade ja tatsächlich weil das beides an ein anschluss geht okay gut das war mir aber nicht klar dass und doppelte waschbecken nur ein anschluss braucht in der wand weil das ja auch aussieht als wenn wir zwei anschließten so da ist wieder da rückt euch doch nicht auf ist doch alles da sogar ein doppel waschbecken also top gut dann braue bräuchten wir tatsächlich hätte ich jetzt gesagt eine küche also erstmal auf dem blödsinn hier keiner so das bedeutet aber auch das können wir nicht verkaufen hm das ist hier treppenhaus oh 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 jetzt haben wir da eine scheibe ups wir haben da eine scheibe rausgeballert ich habe mich ja die ganze zeit schon gefragt ob man nicht außenwändscheiben reinbauen kann aber oh fenster gibt das irgendwo so eine große fenster äh das sieht ja schon so aus war dann verkaufen wir mal dich noch und schieben dich da jetzt rein so ok ähm küche wir können natürlich hier eine küche mit esszimmer machen und dann auf der anderen seite noch schlafzimmer eins oder zwei hätte ich jetzt gesagt dann machen wir hier eine schöne offene große küche ok so 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 mit ja wohnzimmer hätte ich jetzt gesagt ne also so eine art wohnküche oh wir haben sogar einen fertigkeitspunkt nochmal bekommen oh können wir doch gleich mal gucken ja gut wir brauchen noch einen einen fertigkeitspunkt dann wären wir damit auch fertig so dann nehmen wir natürlich erstmal hier euch auf verkaufen die lichtschalter obwohl hier könnte man theoretisch auch noch einen ran machen so so wenn wir jetzt hier eine fette schöne küche rein bauen ist die frage hier und dann hier eine zeile ne so dass man hier so die küche hat oh wir müssen uns nur mal schlau machen was das für küche gibt so dann würde ich sagen wir fangen aber mal mit den wänden an oder mit dem boden mit dem boden fangen wir an was würden wir hier abdeckung ne abdeckung würde ich jetzt nicht nehmen ich würde hier schon so fliesen reinpacken wollen in die richtung oder wollen wir paneele nehmen paneele wären auch eine variante da gibt es ja auch die schönsten die verschiedensten varianten für die küche wir nehmen mal kiefer keine ahnung wie das aussieht aber wir nehmen mal kiefer so so gut haben wir dann Küche fangen wir mal an mit der Küche 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 hier oder Möbel Küche äh ich hätte gar gesagt wir brauchen ein stehendes Küchen Set da gibt es ja die verschiedensten hier hätten wir zum Beispiel auch ein gar nicht so schlechtes Küchen Set wir haben einen Herd plus ein Gara oder was auch immer das sein mag jetzt ist die Farbe wie wir die Grund wie machen wir die Grundfarbe äh so das ist hier hinten die Dekofarbe sozusagen ähm die können wir blau lassen so die Arbeitsplatte jo Türen hm ja bei den Farben also das finde ich zu debbert dunkel hm ja ich hätte gesagt zwischen grün und blau hätte ich mich jetzt entschieden für die Küche meine Grundfarbe hinten blau mach kommen wir wenn die Grundfarbe blau ist machen wir die Farbe blau wir machen auf jeden Fall weiße Griffe äh Metall machen wir auch weiß äh da geht es nämlich äh kommt noch weiter runter auch das weiß ja so und du kommst dann nämlich erstmal hier so rein so so das ist ja schon mal Nummer Uno so dann brauchen wir natürlich hierfür auch ähm die Hängeschränke Küche Set ähm was wie hieß denn das was wir hatten wie hieß denn das jetzt äh Küchenset hier stehendes Küchenset was hatten wir da ähm da steht einfach G Mark Mark Englisch Küchenset ähm Mark Mark ähm gibt es dort ah doch gibt es hier es gibt sowas die hat ein G glaube ich ne ah hier G aber da fehlt mir die Abzugshaube tatsächlich ne das nämlich außerdem ist das viel zu lang also das passt schon mal nicht so wir machen mal hier kurz die Lichter an die hässlichen ähm das passt nicht es müsste ein kurzes sein das könnte in die Richtung gehen aber auch das ist zu lang dafür aha viel zu lang sogar hm das würde ja hypothetisch passen okay ne wir machen es anders mal keine Hängeschränke wir machen jetzt hier eine Abzugshaube rein würde ich sagen ähm wo waren wir denn hier da elektrische Ausrüstung ne Abzugshaube ja die sollte ausreichen aber das mit dem Gold bin ich immer so ein bisschen ne warum wir hätten natürlich eine blaue nehmen die würde obwohl die jetzt so ein bisschen lila aussieht ne so okay dann brauchen wir weiter noch wir brauchen ja auch noch eine Spüle denn wenn wir ein Küchenset wir haben ja Marv gewählt da wird es ja auch noch eine Spüle mit Sicherheit geben hier haben wir zum Beispiel eine Spüle mit Spülmaschine drinnen ähm wapp 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 und hier hatten wir achso das ist das Spülbecken ja okay aber das passt ja dann eigentlich ne dann haben wir nämlich eine Spülmaschine plus Spülbecken ich finde das nicht mal verkehrt wenn dann hier noch ein Platz ist ähm das wird halt hier so erstmal reingehangen so ja so schlimm ist es gar nicht wenn da nämlich Platz ist dann können wir da nämlich einen offenen Papierkorb hinstellen der Kühlschrank ist jetzt natürlich nochmal die Frage wir könnten natürlich das hier auch noch weiter nach da setzen und den Kühlschrank dorthin blanken ähm ähm oder gibt es ein Eckschrank in Marv hängeschränke, 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 Funktionsschränke küschen set, stehende schränke Was ist das? Wir müssen bei Marv bleiben. Wir müssen hier bei Marv gucken, ob wir hier vielleicht noch einzeln, so ein Eckschrank stehend, finden wir sogar. Können wir ja mal schauen, ob der halbwegs passen würde. Wenn wir den jetzt hier reinpacken, guckt mal. Jo. Hätten wir eine ordentliche Verbindung. Dann könnten wir tatsächlich in meinen Augen sogar überlegen, ob wir nicht hier einen Kühlschrank noch reinsetzen und das Ganze nach da versetzen. Oder? Aber das überlegen wir uns dann beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und Schö Willeley. Schöneley. 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 Schöne diese Schöne gains mehr. Schöne ROI. Schöne le joyful.